Jetzt wisst ihr warum ich die ganze zeit in diese schächte reingeguckt habe es ist so klar was ist das Wo bin ich jetzt alien ich höre es ganz genau kannst mich nicht erschrecken da kiste etwas wieso kann ich bitte wieder hoch um meine kiste ich will da jetzt gar nicht mehr reingucken ich will nicht wissen was es ist nein mach doch auf das hat schon jetzt hier wieder ein bisschen alien vibes nun weiß ich nicht was es ist so sieht alles gleich aus bin ich nicht nach unten gefahren ich kann mir vorstellen dass ich gegen das phoenix nichts machen kann deswegen sind diese stickstock duschen hier oder was das ist kann ich hier rein es ist wirklich ein alien was ist das denn das war der schwanz oh gott bleib bitte einfach in der beschreibung ich will nicht wissen wie der aussieht ich werde es eher fahren was ist das denn jetzt gekommen es ist so gefällst du mir schon besser Nein, 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 ich weiß es doch schon Mach auf Halt Oh Gott Was fährt das Ding jetzt auch noch mit dem Aufzug oder wie? Ich brauche einen Knopf, hier war einer Okay, okay Oh Gott, ich dachte, der steht hinter mir Hör mal zu sicher Ah Okay Ich gehe wieder Das sah ja richtig geil aus Wie der wieder aufgestanden ist Ah Jetzt hält es nicht mehr genug All right All right Ähm Ist der oben, ist der unten, wo ist der? Oh Gott, oh Gott, oh Gott Hallo Das ist so eine geile Animation Was bedeutet, verbiete eine Aktion Quickplay? Das, äh Wenn ich mal Viewer Games mache und nur Quickplay spiele, dann dürft ihr mir da Irgendwie sagen Keine Ahnung, ich darf nicht mehr Oh Gott Ich darf nur noch geradeaus laufen oder irgendwie sowas Irgendwelche Sachen halt verbieten Ich weiß leider gar nicht, wo ich hin soll Ich will noch die Kiste haben Verbietest du mir nicht? Yep Komm her Ab ins Eis mit dir Na Nicht ich Okay I'm sorry Bitte geh auf Oh Gott, danke Warte, ich bin hier Ah Er läuft unter mir rum Deswegen höre ich so richtig eklig seine Rumgestampfe Das hat so krasse Alien-Vibes Auch mit diesen Steps Mega geil Ist der oben, ist der unten Ah Gott Das Ding ist kaputt Der hat das kaputt gemacht Ähm Der kommt hier durch Der kommt hier durch Der kommt durch die Tür Der bringt mich um Oh Okay Ah, ja Guten Tag Das doof ist Die Kiste Die Kiste Ich kann doch nicht hier weg Ach du Scheiße Kann ich das Vieh killen? Oh, die Dinger sind alle kaputt Oh oh Ich glaube dann kann ich ihn nicht killen Ich glaube dann kann ich ihn nicht killen Schnell Tür zu Tür zu Tür zu Tür zu Tür zu Oh